Tödliche Konsequenzen. Ein Treffen mit Gerhard L., jenem Mann, der Ende der 90er Jahre in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen zehn Menschen durch das Injizieren von Luft gedötet hat. Gerhard L. ist auf den ersten Blick ein ruhiger und ausgeglichener wirkender Mann. An sein erstes Opfer kann er sich noch genau erinnern. Es war ein Patient Mitte 50, bei dem nach einem Herzinfarkt ein dauerhafter Hirnschaden zurückgeblieben war. Gerhard L. schilderte, dass ihn dieser Patient sehr an seinem Vater erinnert habe, der an einem Herzinfarkt gestorben war. Ich habe irgendwie in Herrn R. meinen Vater gesehen. Ich habe mich auch vor ihm geigelt. Ich hatte Wut auf ihn. Ich sah ihn abwechselnd als Herrn R. und abwechselnd als mein Vater. Irgendwie habe ich mit Herrn R. auch mein Vater umgebracht. Ich gab ihm zuerst nur wenig Luft in die Vene, aber er starb nicht. Und so war es immer und immer wieder, bis er dann endlich tot war. Der Krankenhausarzt bescheinigt eine natürliche Todesursache. Gerhard L. hilft anschließend dabei, den Leichnam zu versorgen und bringt ihn in den Totenraum. Später wird die Kriminalpolizei informiert, weil am Kopf des Verstorbenen zufällig eine kleine Platzwunde entdeckt wurde. Der ermittelnde Polizist erinnert sich, dass er neben der Kopfwinde auch einen älteren und einen frischen Einstich in der linken Ellenbeuge des Toten gesehen habe. Er misst dem aber keine Bedeutung bei. Schließlich gehören eine Einstiche etwa durch Infusionen in einem Krankenhaus zum Alltag. Dennoch werden mehrere Mitarbeiter der Station Innere 1 befragt. Unter ihnen auch Gerhard L. ergibt an, dass der Kopf des Patienten beim Umbetten irgendwo angestoßen sein könnte. Die Leiche wird freigegeben und Feuer bestattet. Später sagt Gerhard L. nach der Tat habe er starke Schuldgefühle gehabt, sich wie ein Monster gefühlt und mit Suizidgedanken gekämpft. Seine damalige Arbeitssituation schilderte Gerhard L. so. Die Innere Station der Psychiatrischen Klinik hatte 22 Betten. Es gab 13 Schwestern und Pfleger, die in zwei Schichten arbeiten. Ich war meist in der zweiten Schicht tätig, wo viel körperlichen Einsatz verlangt wurde. Beispielsweise die Körperpflege der Patienten. Eigentlich seien die Arbeitsbedingungen normal gewesen. Eines allerdings habe ihn sehr geärgert, dass häufig freitags nach Dienstübergabe der Stationsärzte Patienten aus der Gerondo-Sychiatrie auf die Innere kamen. Die hießen unter den Kollegen Morbus Freitag. Denn oft so erzählt Gerhard L. es hat gesehen gewesen, dass manche seiner Patienten das Wochenende nicht überleben würden. Seinen Eindruck nach hätten die Ärzte und die Kollegen aus der Gerondo-Sychiatrie, einen Sterbenden sozusagen, über die Dienstübergabe retten wollen. Nach dem Motto, Hauptsache, er stirbt nicht bei mir. Das manche sich schließlich in der Statistik nicht so gut. Um ein schnelles Ableben zu verhindern, seien einfach Medikamente gegeben worden, die noch ein paar Stunden gebracht hätten. Er habe es für sich abgelehnt, so etwas zu tun. Wenn er mitbekommen habe, dass ein Patient im Sterben lag, sei er in das entsprechende Zimmer gegangen, habe eine Zeit lang neben dem Kranken gesessen, seine Hand gehalten, bis es zu Ende gewesen sei. Schon da sei er gemieden worden. Man habe hinter seinen Brücken über ihn geredet, sagt Gerhard L. heute. Er muss mit den Ausgrenzungen leben, wird zunehmend zum Einzelgänger nachgeholfen, habe er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch dann ändert sich in seinem Privatleben etwas und sehr massiv. Sein Urologe teilt ihm telefonisch mit, er sei zeugungsunfähig. Für Gerhard L. bricht eine Welt zusammen. Nach dem Telefonat, das er am Auto entgegengenommen hat, sucht er nach einem Baum, um dagegen zu fahren. Er lässt es am Ende sein, denn auf der Rückfahrbank sitzt ein Hund und dem will er nichts antun. Sein Hund ist offenbar in dieser Zeit sein wichtiger Begleiter. Seine Frau erzählt er von der Diagnose und Fruchtbarkeit nichts. Er wird überhaupt wenig geredet in dieser Ehe. Solche Entscheidungen, persönlichen Erlebnisse oder Entwicklungen bilden bei fast allen Dätern die Hintergrundfolie für die Ausbildung von Tötungsimpulsen. Hinzukommen müssen ausbleibende Reaktionen von Kollegen und Vorgesetzten. Noch dazu die eigene Ohnmacht, die Sprachlosigkeit. Auch innerhalb des Teams. Kaum jemanden fällt nämlich im täglichen Hamsterrad auf, dass etwas Seltsames vor sich geht. Die Kollegen beschreiben Gerhard L. als unauffällig, korrekt, zurückhaltend, aber trotzdem engagiert. Immerhin ist er gewähltes Mitglied des Personalrats. Er habe wenig von sich preisgegeben und sei mit Patienten so umgegangen, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Seine Taten seien für alle Mitarbeiter völlig unfassbar gewesen. Der Täter selbst sagt in einem Fernsehinterview, er habe aus Mitleid gehandelt. Die psychiatrische Analyse des Gutachters ist allerdings erschütternd. Auch wenn Gerhard L. das Gegenteil behauptet, solche Daten geschehen selten aus Mitleid. Den Tätern zeichnet es gerade aus, die Fähigkeit mitzuleiden eben nicht zu haben. Sonst hätte sich der Krankenpfleger auf menschlichen Beistand beschränkt. Gegen Mitleid als Motiv spricht ebenfalls, dass die Taten vor allem dann begangen wurden, wenn ein Patient aus Sicht des Täters eine bestimmte Form von unangepasstem Verhalten gezeigt hatte. Wie in vielen Fällen sinkt auch bei Gerhard L. nach der ersten Tat die Hemmschwelle kontinuierlich, das habe er gar nicht verhindern können. Auch wenn er sich angeblich im Inneren wünschte, dass jemand ihn aufhält, dass seine Taten entdeckt werden. Das allerdings passiert zunächst nicht. Dabei schöpfen die Kollegen von Gerhard L. mit der Zeit tatsächlich Verdacht. So sehr haben sich im Herbst 1990 die Todesfälle während seiner Sichten gehäuft. Außerdem ist aufgefallen, dass das Medikament Neurozyl in dieser Zeit besonders häufig zum Einsatz kommt. Ein Berufungsmittel, das auch die Atmung lähmen kann. Gerhard L. verabreicht es, um seine tödlichen Intektionen leichter durchführen zu können. Eine interne Untersuchung wird eingeleitet, doch sie ergibt nichts. Erst Monate später wird ein Kollege nach dem unerwarteten Tod einer älteren Thame misstrauisch. Er strengt eine neue Untersuchung an, die den Pfleger schließlich überführt. Gerhard L. arbeitet nach einer Freilassung einige Jahre in der Versicherungsbranche. Seit einiger Zeit regt er sich mit den Gedanken wieder, in den Pflegebereich zu wechseln. Ein lebendlängliches Berufsverbot hatte das Gericht seinerseits nicht ausgesprochen. Gerhard L. hat beim zuständigen Kreis einer Ersatzurkunde über sein bestandendes Examen zum Krankenpfleger beantragt. Die hatte er nämlich verloren. Der Kreis Gütersloh hat ihm dies verweigert und gleichzeitig die Berufserlaubnis entzogen. Gegen diese Entscheidung hat Gerhard L. geklagt. Das Verwaltungsgericht in Minden hat die Entscheidung des Kreises für das Erste bestätigt. Mord in der Klinik. Wenn man begreifen möchte, was in unserem Gesundheitssystem alles falsch läuft, und zwar seit Jahrzehnten lohnt es sich, einen genaueren Blick auf einzelne Tötungsserien in deutschen Krankenhäusern zu werfen. Dabei wird offensichtlich, welche Fehlerketten es gibt und welche Rolle dabei hohe Arbeitsbelastungen und ökonomische Zwänge spielen. Allein im deutschen Sprachraum gab es seit 1970 zehn aufgedeckte Tötungsseien ohne den Fall Nils H. Den elf rechtskräftigen verurteilten Tätern wurden 111 vollendete Tötungen nachgewiesen. Die Zahl der vermutmaßlichen Tötungen beläuft sich auf mehr als 300. Alle Tötungsseien wurden verspätet aufgedeckt. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal rechnet niemand damit, in einer Klinik oder einem Heim mit Mord und Totschlag konfrontiert zu werden. Außerdem gehört der Tod dort auch unter normalen Umständen zum Alltag. Er ist für die Mitarbeiter keine Besonderheit. Hinzu kommt, dass es nicht einfach ist, Tötungshandlungen von normalen medizinisch-pflegerischen Verrichtungen zu unterscheiden. Das Setzen von Spritzen beispielsweise ist Standart in Tienigen. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Tatsache, dass das Bekanntwerden einer Tötung sei für die betroffenen Einrichtungen mit einem massiven Image-Schaden und damit auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden ist. Das zeigen etwa die Beispiele Oldenburg und Delmenhorst. Fast nirgendwo ist ein wirklicher Aufklärungswille. Erkennbar, der Ruf der Einrichtung könnte gefährdet sein. Gedötet wurden vorwiegend Ältere und mehrfach Erkrankte, also multimorbide Patienten von Einzelfällen. Abgesehen handelt es sich aber nicht um Kranke, die im Sterben lagen. Es gibt bei den Opfern keine übergreifenden gemeinsamen Merkmale. Niemand ist davor gefeit, zum Opfer zu werden. Alle elf überführten Däder hatten pflegerische Berufe. Ihre Qualifikationen reichte von der Hilfskraft bis hin zum examierten Krankenpflegekraft mit Zusatzausbildung. Sechs der elf verurteilten waren Männer über proportional viel gemessen an der hohen Frauenquote in der pflegerischen Berufsgruppen, die bei etwa 86 Prozent liegt. Psychiatrisch begutachtet wurden alle bisher verurteilten Täter. Das Ergebnis keiner von ihnen war schuldunpfleg. Lediglich einer wurde als vermindert schuldfähig eingestuft. Es lag also in keinem Fall eine so erhebliche physische Beeinträchtigung vor, dass die Schuldfähigkeit aufgehoben worden wäre. Die Lebensgeschichten und Lebensunstände, die psychosoziale Entwicklung, das Alter oder mögliche Vorerkrankungen lieferten kein fallübergreifendes Erklärungsmuster, für die Verbrechen. Alle Tätern gemeinsam waren allerdings eine ausgeprägte Selbstunsicherheit sowie eine auffallende verrohte Sprache. Starb jemand, sprach Martina R. von Abkratzen. Bei Rainer L. hieß das, ein Patient sei abgekratzt. Abgekackte Rolf Z. titulierte Heimbewohner als Arschloch oder Drecksau. In Wien drohte Irmgard L. einem Patienten unverhohlen. Schauen Sie sich den Ex an, wenn Sie weiter so lästig sind. Sind Sie der Nächste? Mit Ex war Exitus gemeint. Der Zimmernachbar des Patienten war unmittelbar zuvor gestorben. Mehrere Täter fielen im Kollegenkreis dadurch auf, dass sie den Todeszeitpunkt einzelner Patienten exakt vorhersagen konnten. Mike A. etwa sagte beim Mittagessen beiläufig, dass Frau X wohl die nächste Heimbewohnerung sei, die das zeitliche segnen würde. Kurz nach dem Essen um 13.30 Uhr brachte Mike A. die alte Dame um. Und Martina R. erwiderte auf die Bemerkung eines Kollegen, er hoffe, die Patientin Y. könne ohne schlimme Schmerzen sterben. Naja, bis zum Fußball um 14.30 Uhr wird sie es wohl geschafft haben. Ebenfalls auffällig ist, dass die Täter im Kollegenkreis einen gewissen Ruf weg hatten. Martina R. galt lange vor ihrer Verhaftung als Todesengel Gerhard W. Als Hexe Gerhard L. wurde Vollstrecker genannt und Nils H. Rettungsrambeau. Das direkte Gespräch mit den Verdächtigen suchte niemand. Manche Hinweise, die Kollegen an vorgesetzten Wartegaben, versickerten in Meldeketten nichts passiert. An einigen Tatorten wurden solche Vorkommnisse ganz einfach für unvorstellbar gehalten und daher nicht weiter verfolgt. Häufiger ist sie doch ein mangelnder Aufklärungswille oder gar ein aktives Vertuschen festzustellen. Ein Kollege, der bei Martina R. verdächtiges Verhalten beobachtet hatte, wurde bei der Chefärztin vorstellig. Diese fragte ihn, ob er es vielleicht auf den Posten von Schwester Martina abgesehen habe oder ob er bei ihr als Mann nicht angekommen sei. Bei der großen Tötung sei er in einem Krankenhaus. Im Allgäu gab es deutliche Hinweise auf die Täter von Rainer L. Im Klinikum Stonthofen wies die Stationsschwester mehrfach und deutlich gegenüber ihrer Vorgesetzten auf das Fehlverhalten des Pflegers hin und forderte Konsequenzen. Sie wurde belehrt, sie reagierte zu emotional und sei nicht in der Lage, eine korrekte Beurteilung abzugeben, weil die Aufdeckung der Fälle auf diese Weise behindert wurde. Konnte Rainer L. weiter töten? Und das, obwohl Verdachtsmomente gegen ihn schon offen ausgesprochen waren. Während dieser Latenzzeit brachte der Pfleger in Sonthofen vier weitere Patienten umbegünstigt, wurden seine Taten durch eine Arbeitsatmosphäre, die geprägt war von Konflikten, Kompetenz, Streitigkeiten und mangelnder Kommunikation, schließlich von Resignation. Diese unguten Gemändklage gab es an den meisten Tatorten. Über Probleme auf Stationen wurde nicht offen geredet, selten wurde etwas zurückgemeldet und wenn doch reagierten Vorgesetzte nicht in angemessener Weise oder wurden von nächsthöherer Stelle an konsequenten Eingriffen gehindert. Für fast alle Kliniken, die zum Schauplatz von Tötung seien, wurden gilt nahezu überall, ist ein schleichender Prozess zu beobachten. In dessen Verlaufsgrenzen verletzt und gegen Regeln verstoßen wurden. Folgende Kontrolle und ein Versagen der Führungskräfte gehörten zum Alltag. Wie Gerhard L. gaben die meisten Täter an, aus Mitleid gedötet zu haben. Sie wollten angeblich sinnloses Leiden und einen Menschen unwürdige Situation beenden. Ein Schweizer Krankenpfleger, der zum Täter würde, sagte aus, er habe aus einer Mischung aus Mitgefühl und Überforderung gehandelt und zum Wohl des Teams und zum eigenen Wohl handangelegt. Helga B., die an der Berliner Charité ihr Unwesen trieb, deutete ihr Handeln als Mitwirkung am göttlichen Willen. Einige wenige Täter führten lebensbedrohliche Zustände herbei, um sich selbst als Notfallspezialisten zu profitieren. Sie genossen es, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und so Anerkennung zu bekommen. Wahrscheinlich handelte diese Tätergruppe nicht mit einer primären Tötungsabsicht, nahm aber den Tod von Patienten aus purem Eigeninteresse billigt in Kauf. Zu dieser Gruppe zählt im deutschen Sprachraum nur Nils H. Er habe sich wie auf einem Protest gefühlt, wenn er wieder einmal einen Patienten den Tod entrissen hatte. Einem Tod, der er selbst doch erst herausgefordert hatte. Nach einer solchen Rettungsaktion hätten ihm die Kollegen einmal sogar eine Kette aus Venenkatheter gebastelt. Ein Geschenk für ihn, den Meister der Wiederbelebung. Dieses Gefühl der Achtung und Bestätigung habe er gebraucht. Wie bei Nils H. sind die Motivlagen der Täter eng verknüpft mit der eigenen Person mit bestimmten Schwächen und Defiziten, wie etwa einer extremen Selbstunsicherheit. Menschen von Nils H. sind geradezu abhängig von Anerkennung und Lob. Viele Täter haben sich genau diese Wertschätzung mehr oder minder unbewusst erhofft, als sie einen pflegerischen Beruf wählten. Der Wunsch zu helfen und das gesellschaftlich hohe Ansehen medizinisch-pflegerischer Tätigkeiten spielt dabei bei den meisten Berufsanfängern eine große Rolle. Wenn diese Motive bei der Jobwahl einen besonderen, wichtigen Stellenwert haben, ist die Entscheidung im Alltag, so wie er sich derzeit darstellt, vorprogrammiert. Die Arbeit auf Station ist mühsam und anstrengend. Die Belastungen sind enorm hoch und Lob gibt es selten. Kommen dann Konflikte am Arbeitsplatz und persönliche Probleme hinzu, wird aus latenter Frustration eine nachhaltige Verstimmung. Diese Verstimmung verstärkt sich durch die tägliche Konfrontation mit schwer kranken Menschen. Der Patient wird zur Projektionsfläche für die eigenen inneren Konflikte. In den Augen der potenziellen Täter leiden die Patienten schlimmer, als es von den Betroffenen selbst empfunden wird. Im Laufe der Zeit empfinden die Täter ein Übermaß an Leiden eigenem und fremden. Sie fühlen sich ohnmächtig. Am Ende solch unheilvoller Entwicklung verschwinden. Verschwimmen die Grenzen. Es kommt zu dem, was Fachleute eine projektive Indikation nennen. Das eigene Leiden und das Leiden der Patienten verwickeln sich zu einem unauflöslichen Knäuel. Am Ende erscheint das vermischte Leiden ebenso sinnlos wie die eigene pflegerische und therapeutische Arbeit. Der hilflose Helfer bräuchte dringend Unterstützung und merkt, dass in der Regel auch er oder sie ahnt, dass eine Versetzung auf eine weniger fordernde Station oder gar ein Berufswechsel helfen könnte. Doch dazu fehlt die Kraft. Alles ist nur noch bestimmt von einem dumpfen Unmachtsgefühl hinzukommen. Zukunftssorgen und die Angst als gescheitert zu gelten. Darin liegt einer der Gründe, warum kein Täter von sich aus das Gespräch gesucht hat. Nicht mit Kollegen, nicht mit Vorgesetzten, nicht mit Psychologen oder Supervisoren, so es diese Möglichkeit überhaupt gegeben hat, dass das unmittelbare berufliche Umfeld und die Vorgesetzten nicht eingegriffen. Obwohl manche Auffälligkeiten nur schwer zu übersehen waren, interpretieren die Täter als stillschweigendes Einverständnis. In dem Moment, in dem ein Täter seines Tötungsimpuls nachgibt, überwindet er die lähmende Phase der Unmacht. Jetzt endlich übt er Kontrolle und macht aus. Ein gutes Gefühl gleichzeitig weiß oder ahnt er, dass es falsch ist, was er getan hat. Sein schlechtes Gewissen regt sich. Kein gutes Gefühl. Einige der verurteilten Täter delegieren dieses schlechte Gewissen nach oben, indem sie sich zu göttlichen Werkzeugen stillisierten. Andere delegierten es zur Seite, indem sie immer auffälliger agieren und aus der ausbleibenden Reaktion von Kollegen und Vorgesetzten eine Legitimation für ihr Tun zogen. Gleichzeitig waren sie tagtäglich mit schwerkranken und pflegebedürftigen Menschen konfrontiert, deren Leiden verstärkte das eigene bis zur Unerträglichkeit in diesem gedanklichen Teufelskreis kann, so absurd es klingt, nur eine erneute Taterleichterung verschaffen. Sehen wir uns den Mitleidaspekt, den die meisten Täter als Motiv für ihre Taten angeben, etwas genauer an. Wirkliches Mitleid ist fest verknüpft mit einer zwischenmenschlichen Beziehung. Man weiß um das Befinden des Anderen und respektiert dies. Mitleid setzt voraus die eigenen Befindlichkeiten von denen seines Gegenübers trennen zu können. Ebenfalls gilt, Mitleid kann nur empfinden, wer in der Lage ist, sich dem Leid des Anderen nicht zu entziehen, sondern es mitträgt. Das heißt auch, dass man in der Lage sein sollte, zu erspüren, was der Andere in diesem Moment braucht, ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse. Nimmt man diese Definition von Empathie zum Maßstab bei der Beurteilung der Täter, fällt sofort auf, dass sie keineswegs aus Mitleid gehandelt haben können, sondern aus einer Art verschobenen Selbstmitleid heraus. Die Täter waren besonders unfähig, Leiddenszustände zu ertragen, diese zu lindern und dem Patienten beizustehen. Sie versuchten, das für sie unerträgliche Leiden der Anderen verschwinden zu lassen, indem sie die eigentlich Leidtragenden töteten. Sie befreiten sich selbst aus einer für sie unerträglichen Situation, erlösten aber keinesfalls ihre Opfer. Das wäre höchstens der Fall gewesen, hätten sie eine Tötung auf Verlangen ausgeführt, da keiner der Täter mit seinen Opfern über die Tat gesprochen hat, kann davon jedoch keine Rede sein. Ein Wiener Patient, der den Mordversuch einer Krankenschwester überlebt, bringt es treffend so auf den Punkt, wie schlecht muss es mir gehen, wenn mich schon wildfremde Menschen umbringen oder erlösen wollen.